Ich bin bereit, mich auf eine Reise der Erweckung des Geistes und der Verbindung mit dem Göttlichen zu begeben, in die Tiefen deiner Seele einzutauchen und die Zeichen zu erforschen, mit denen deine Geistführer versuchen, dich zu kontaktieren. In diesem Video werden wir die Geheimnisse der spirituellen Welt enträtseln und lernen, wie wir uns auf die Botschaften unserer Geistführer einstimmen können. Abonnieren Sie jetzt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften und zu einer höheren Bewusstseinsebene, intuitiven Empfindungen und Vorahnungen zu erwachen. Eines der tiefgreifendsten und häufigsten Anzeichen dafür, dass ihre Geistführer versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, sind starke Vorahnungen und intuitive Gefühle. Eines der wichtigsten Signale, die uns diese Geistführer geben, ist das plötzliche Auftreten von starken Vorahnungen oder jener Stimme, die man Intuition nennt und die uns sanft durch die wichtigsten Momente unseres Lebens führt. Diese Stimme sollte nicht mit der Stimme der Seele verwechselt werden, die sich zwar auch als Intuition manifestiert, aber einen Kennel für unsere Geistführer öffnet, um uns auf harmonische und ausgewogene Weise zu navigieren. Oft neigen wir dazu, diese Stimme herunterzuspielen oder sie sogar mit dem analytischen und bewussten Teil unseres Wesens zu verwechseln, indem wir denken, dass das, was sie sagt, einfach eine Information ist, die durch den Eindruck des Augenblicks entsteht. Doch hinter dem Eindruck, den wir von diesen Stimmen und Vorahnungen haben mögen, verbirgt sich eine göttliche Botschaft der erhabenen Wesen, die vom Augenblick unserer Geburt an bestrebt sind, unserer Seele bei der Bewältigung jeder Herausforderung auf dem Weg, den wir gehen, zu helfen. Der Grad an Wissen und Weisheit, der diese Wesen durchdringt, ist einfach höher als das, was die Grenzen des Bewusstseins erkennen. Deshalb scheint das, was sie durch ihre Botschaften anbieten, oft etwas weit weg zu sein. Und erst die Entfaltung der Ereignisse führt zu einem vollständigen Verständnis der Verbindung zwischen diesem intuitiven Denken und dem, was sich in der Realität manifestiert. Diese Botschaften können sehr vorausschauend sein und dienen nicht nur dazu, unsere Seele zu leiten, sondern auch dazu, unser Wesen und unsere Integrität vor Ereignissen und Phänomenen zu schützen, die sich uns in den Weg stellen. Weder irdische Begrenzungen noch mentale Barrieren können die Botschaften, die wir von unseren Geistführern erhalten, einschränken. Denn ihre Fähigkeit, sich uns zu nähern und uns zu helfen, bestimmte Aspekte unseres Lebens vorherzusehen, ist wunderbar. Das Licht, das diese Botschaften durchdringt, ist so groß, dass es die dunkelsten Ecken erhellen kann. Unsere Realität offenbart uns Dinge, die in den Schatten auf uns warten. Dinge, denen wir mit Mut und Offenheit begegnen müssen, um zu wachsen. Die Fähigkeit, diese Botschaften unserer Geistführer zu empfangen und zu interpretieren, ist jedem Menschen angeboren. Doch nur wenige schätzen diese Informationen, die ihr Wesen erreichen. Die Fähigkeit dieser Stimme und den von ihr übermittelten Botschaften aufmerksam zuzuhören und sie zu verarbeiten, bedeutet jedoch, dass man vollen Zugang zu dem höheren Wissen hat, das diese Geistführer besitzen. Ein wesentlicher Teil unserer Reise besteht darin, uns zu öffnen, um wahres Wissen zu verstehen und anzunehmen, das nicht immer auf konventionellem Wege kommt, sondern immer eine Erweiterung unseres Bewusstseins erfordert. Diese synchronen Ereignisse, die keinen offensichtlichen kausalen Zusammenhang aufweisen, dienen als kosmische Wegweiser, die uns zu einem tieferen Verständnis unserer Selbst und unserer spirituellen Reise führen. Wenn sie anfangen, Synchronicitäten in ihrem Leben zu bemerken, wie zum Beispiel wiederholte Begegnungen mit bestimmten Zahlen, Symbolen oder glücklichen Ereignissen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass ihre Geistführer versuchen, mit ihnen in Verbindung zu treten. Diese Synchronicitätserfahrungen treten oft in Schlüsselmomenten auf, in denen sie Orientierung, Bestätigung oder Rückversicherung brauchen. Die Bedeutung von Synchronicitäten liegt nicht nur in ihrem Auftreten, sondern auch in der Bedeutung, die wir ihnen beimessen. Jede Synchronicität trägt ihre eigene einzigartige Botschaft in sich, die auf unseren individuellen Weg und unsere spirituelle Entwicklung zugeschnitten ist. Indem wir auf diese Muster und Zeichen achten, öffnen wir uns für die Führung und Weisheit des Universums. Wenn sie darüber nachdenken, wie sie sich in ihrem Leben manifestieren, können sie wertvolle Erkenntnisse über ihren spirituellen Weg und die Lektionen, die sie lernen sollen, gewinnen. Achten sie auf den Zeitpunkt, den Kontext und die emotionale Resonanz dieser Ereignisse, da sie Hinweise auf tiefere und verborgenere Aspekte ihres Bewusstseins enthalten können. Um ihre Verbindung zu ihren Geistführern zu vertiefen und ihre Fähigkeit zu verbessern, ihre Zeichen zu erkennen, ist es wichtig, Meditation, Achtsamkeit und Selbstreflexion zu praktizieren. Diese Praktiken werden ihnen helfen, sich auf die subtileren Aspekte ihrer inneren Welt einzustimmen und die Botschaften ihrer Geistführer besser wahrzunehmen. Denken sie immer daran, dass sie auf dieser Reise nicht allein sind. Ihre Geistführer sind immer da, bereit, sie zu führen und sie auf ihrer spirituellen Reise zu unterstützen. Ständige Gedanken oder Ideen Ein deutliches Zeichen dafür, dass ihre Geistführer versuchen, mit ihnen in Verbindung zu treten, sind ständige Gedanken oder Ideen, die von außerhalb ihres normalen Bewusstseinsstroms zu kommen scheinen. Diese Gedanken können sich wie sanfte Stöße oder Inspirationen anfühlen, die spontan auftauchen und sie dazu drängen, etwas zu unternehmen oder eine bestimmte Richtung in ihrem Leben zu berücksichtigen. Ihre Geistführer kommunizieren mit ihnen durch ihre Gedanken, indem sie Samen der Führung und Inspiration in ihren Geist pflanzen. Diese Gedanken können wiederkehrend oder konstant sein und dich sanft zu deinem höchsten Wohl und deinem spirituellen Wachstum führen. Sie tauchen oft auf, wenn du Klarheit, Führung oder Unterstützung auf deinem spirituellen Weg brauchst. Achten sie auf Gedanken und Ideen, die ihnen scheinbar aus dem Nichts kommen, denn sie können Botschaften ihrer geistigen Führer sein. Denken sie über ihre Bedeutung nach und überlegen sie, wie sie mit ihren tiefsten Wünschen und Bestrebungen zusammenhängen. Vertrauen sie auf die Weisheit ihrer Geistführer und lassen sie sich von ihrer Inspiration leiten. Um ihre Verbindung zu ihren Geistführern zu stärken und ihre Führung leichter zu erkennen, entwickeln sie eine Praxis des stillen Nachdenkens und der Introspektion. Nehmen sie sich jeden Tag Zeit, um sich auf ihre innere Führung einzustimmen und auf die Einflüsterungen ihrer Geistführer zu hören. Indem du Raum für Stille und Empfänglichkeit schaffst, kannst du deine Verbindung zu deinen geistigen Helfern vertiefen und die Führung und Unterstützung erhalten, die du brauchst, um deine spirituelle Reise mit Anmut und Klarheit zu durchlaufen. Während des Träumens wird ihr Geist offener für Botschaften aus der geistigen Welt und ihre Geistführer können Träume als Mittel nutzen, um ihnen Führung, Ideen und Botschaften zu vermitteln. Wenn sie bemerken, dass sie oft lebhafte Träume oder wiederkehrende Traumthemen haben, die wichtig oder spirituell intensiv zu sein scheinen, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass ihre Geistführer versuchen, mit ihnen zu kommunizieren. Achten sie auf die Symbole, Bilder und Gefühle in ihren Träumen, denn sie können wertvolle Botschaften und Erkenntnisse über ihren spirituellen Weg enthalten. Zusätzlich zu träumen können sie auch während der Meditation oder in Momenten tiefer Kontemplation Visionen haben. Zu diesen Erfahrungen kann es gehören, Visionen zu empfangen, innere Führung zu hören oder ein tiefes Gefühl der Verbindung mit dem Göttlichen zu erfahren. Vertrauen sie auf die Weisheit dieser Visionen und lassen sie sich darauf ein, Botschaften von ihren Geistführern zu empfangen. Um ihre Fähigkeit, durch Träume und Visionen Führung zu erhalten, zu verbessern, entwickeln sie eine regelmäßige Meditationspraxis und die Absicht, sich mit ihren Geistführern zu verbinden, bevor sie schlafen gehen. Führen sie ein Traumtagebuch neben ihrem Bett, um alle Träume oder Ideen festzuhalten, die ihnen nach dem Aufwachen einfallen. Indem sie sich aktiv mit ihren Träumen und Visionen auseinandersetzen, können sie ihre Verbindung zu ihren Geistführern vertiefen und die Führung und Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um ihre spirituelle Reise mit Klarheit und Zuversicht zu beschreiten. Gelegentliche elektrische Störungen dienen als subtile, aber bedeutungsvolle Erinnerung an die unsichtbare Unterstützung und Führung, die wir aus der geistigen Welt erhalten. Sie stellen unser übliches Verständnis davon, wie das Spirituelle mit der physischen Welt interagiert, in Frage und zeigen uns, dass unsere Welt viel stärker miteinander verbunden ist, als uns vielleicht bewusst ist. Höhere Ebenen der Intuition, die oft als ein tiefer Kanal der spirituellen Kommunikation bezeichnet wird, der die Grenzen des logischen Denkens und der physischen Sinne überschreitet. Diese angeborene, aber oft unterschätzte Fähigkeit dient als mächtiges Werkzeug auf unserer spirituellen Reise und führt uns durch die unsichtbaren Ströme des Lebens. Laut Canon kommunizieren unsere Geistführer mit uns über eine Vielzahl von nicht-physischen Wegen, wobei die Intuition einer der direktesten und kraftvollsten ist. Sie meint, dass die Intuition wie eine innere Stimme oder ein Gefühl ist, das tief mit dem höheren Selbst und der spirituellen Welt verbunden ist und uns Hinweise, Einsichten und Warnungen gibt, die jenseits der Reichweite unseres Alltagsbewusstseins liegen. Es gibt viele persönliche Anekdoten, die die transformative Kraft einer gesteigerten Intuition verdeutlichen. So erzählte ein Mann, dass er plötzlich einen unerklärlichen Drang verspürte, einen entfernten Freund zu besuchen, den er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Diese Intuition löste eine Begegnung aus, die sich nicht nur als emotional heilsam erwies, sondern auch die Tür zu neuen und wichtigen Möglichkeiten für beide öffnete. In einem anderen Fall beschrieb ein Mann ein anhaltendes, intuitives Gefühl, dass mit seiner geliebten Person etwas nicht stimmte, obwohl es keine offensichtlichen Anzeichen gab. Aufgrund dieser Intuition bestand er auf einer ärztlichen Untersuchung, bei der eine kritische Krankheit in einem frühen Stadium festgestellt wurde, das aufgrund der Früherkennung behandelbar war. Diese Fälle zeigen, wie Intuition zu bedeutenden Veränderungen oder Erkenntnissen im Leben führen kann. Was mit Kennens Lehren übereinstimmt? Solche Erfahrungen bestätigen, dass unsere Intuition ein direkter Kanal zur Weisheit und Führung unserer spirituellen Führer ist. Sie ist ein Werkzeug, das uns, wenn wir auf sie hören und ihr vertrauen, durch die Komplexität und Ungewissheit des Lebens führen kann. Der Schlüssel liegt darin, zu lernen, diese intuitiven Gefühle zu erkennen, ihnen zu vertrauen und nach ihnen zu handeln und ihnen zu erlauben, uns auf dem Weg zu unserer wahren Bestimmung zu führen. Spirituelles Zittern, ein Phänomen, das oft als plötzliches, schnelles Frösteln oder als Gefühl von Energie, die durch den Körper fließt, erlebt wird, ist eines der faszinierendsten und körperlichsten Anzeichen für spirituelle Kommunikation. Im Gegensatz zu normalen Reaktionen auf Kälte oder emotionale Reize sind diese Schauer einzigartig in ihrem Kontext und ihrem Timing und begleiten oft Momente von spiritueller Bedeutung oder Erkenntnis. Dolores Cannon legt in ihrer umfangreichen Arbeit über spirituelle Phänomene besonderen Wert darauf, solche körperlichen Empfindungen als Botschaften aus dem spirituellen Bereich zu interpretieren. Sie argumentiert, dass unser Körper ein sensibles Instrument ist, das auf die Energien um uns herum eingestimmt ist und in der Lage ist, die Anwesenheit und Kommunikation von geistigen Führern oder höheren Energien wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Daher können diese spirituellen Erschütterungen als physische Manifestation einer spirituellen Begegnung oder als Zeichen der Bestätigung durch das Universum oder unsere Geistführer gesehen werden. Ein Ort der Angst, des Zweifels oder der Begrenzung, während die Stimme ihrer Geistführer von einem Ort der Liebe, Weisheit und Führung kommt. Um ihre Verbindung zu ihren Geistführern zu vertiefen und ihre Fähigkeit, innere Führung wahrzunehmen, zu verbessern, entwickeln sie eine regelmäßige Praxis der Meditation, der stillen Reflexion und des inneren Zuhörens. Schaffen sie in ihrem täglichen Leben Raum, um sich auf das Flüstern ihrer inneren Stimme einzustimmen und auf die Führung und Weisheit ihrer Geistführer zu achten. Indem sie sich auf die Weisheit ihrer inneren Führung verlassen und offen dafür sind, Botschaften von ihren Geistführern zu empfangen, können sie ihre Verbindung mit ihnen vertiefen und die Unterstützung und Führung erhalten, die sie auf ihrer spirituellen Reise brauchen. Ihre Geistführer kommunizieren mit ihnen oft durch symbolische Gegenstände oder Zeichen, die in ihrem Leben erscheinen. Diese Zeichen können sich als bedeutungsvolle Symbole, Zahlen oder Gegenstände manifestieren, die für sie eine besondere Bedeutung haben und Botschaften aus der geistigen Welt enthalten. Wenn sie einem bestimmten Symbol oder Gegenstand wiederholt begegnen, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass ihre Geistführer versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu erregen und ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Achten sie auf den Kontext, in dem diese Zeichen erscheinen und auf die Gefühle, die sie in ihnen hervorrufen. Denn sie können wertvolle Wahrheiten und Hinweise für ihren spirituellen Weg enthalten. Diese symbolischen Objekte oder Zeichen können viele Formen annehmen, wie Federn, Münzen, Kristalle oder bedeutungsvolle Artefakte. Jedes Symbol hat seine eigene, einzigartige Bedeutung und spiegelt die Führung und Unterstützung durch ihre Geistführer wieder. Um ihre Verbindung zu ihren Geistführern durch symbolische Objekte oder Zeichen zu vertiefen, entwickeln sie in ihrem täglichen Leben Bewusstsein und volle Aufmerksamkeit. Achten sie auf die Zeichen und Symbole, die ihnen erscheinen und denken sie über ihre Bedeutung im Kontext ihres spirituellen Weges nach. Indem sie offen bleiben für den Empfang von Botschaften ihrer Geistführer durch diese symbolischen Mittel, können sie ihre Verbindung mit ihnen stärken und die Führung und Unterstützung erhalten, die sie brauchen, um ihren spirituellen Weg mit Klarheit und Vertrauen zu gehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Synchronisationen und bedeutungsvolle Zufälle eine kraftvolle Erinnerung an die Verbundenheit aller Dinge und an die Anwesenheit göttlicher Führung in unserem Leben sind. Indem wir uns für die subtilen Einflüsterungen des Universums öffnen und uns auf die Rhythmen der Synchronicitäten einstimmen, richten wir uns auf den Fluss der kosmischen Energie aus und entschlüsseln die Geheimnisse unseres spirituellen Weges. Indem wir auf die Zeichen und Botschaften achten, die sich in unserem Leben manifestieren, vertiefen wir unsere Verbindung mit unseren Geistführern und gewinnen wertvolle Erkenntnisse über unseren Weg des Wachstums und der Evolution. Diese synchronen Begegnungen sind keine zufälligen Zufälle, sondern heilige Einladungen, zu unserer wahren Essenz zu erwachen und uns mit unserer höheren Bestimmung in Einklang zu bringen. Nehmen sie die Synchronicitäten, die ihr Leben erfüllen, mit Dankbarkeit und Ehrfurcht an, denn sie wissen, dass sie ein Spiegelbild, der göttlichen Organisation in Aktion sind. Vertrauen sie auf die Führung ihrer Geistführer und die Weisheit des Universums, während sie die Wendungen ihrer spirituellen Reise meistern. Melden sie sich jetzt an, um die Tiefen der Synchronicität weiter zu erforschen und sich auf eine transformative Reise der Selbstentdeckung, des spirituellen Wachstums und der tiefen Verbindung mit der unendlichen Weisheit des Kosmos zu begeben. Lassen sie uns gemeinsam in die Welt der Synchronicität eintauchen und die verborgenen Wahrheiten aufdecken, die darin liegen.